kreativ ich will es müssen zu bauen alles dass auch keine lücke sind dass überall irgendwas steht so dass alle genutzt werden ganz wichtig wo ein vogelhaus wie groß ist das also das kann so ein vogelhaus dann doch mal kurz außerhalb der mauern sie ist dieses andere teils jetzt ein monster fernzuhalten da diese effigies mit stacheln ach so sagt man kann ich machen sachen wir wo einmal außenrum halten planen aber irgendwo noch ein tür einig kannst du ja setzen dann weiß ja wie heute möchte ich das sind ja ja jetzt Häupfer Wo ist denn das? Ich habe wieder vergessen was ich gesucht habe, so eine Scheiße Ich verschwende gerade Zeit So langsam könnte es aber regnen, das wäre echt cool Ich fliege schon wieder mit dem Fahrzeug ey Soll ich jetzt Soll ich einfach mal die Wände, die fertig sind, einfach abreißen, diese Frage Die quasi neben uns im Haus direkt Kannst du machen Brauchen wir natürlich nicht Also die jetzt stehen, die lassen wir einfach da stehen Ja, die lassen wir einfach da stehen lassen Und falls wir das Holz unbedingt brauchen, können wir sie auch fehlen Ich habe eine Das ist ja cool, okay Da packt ein Hase rum, den muss ich jagen Da glitscht ein Hase Zu hoch Ach, jetzt läuft er wieder, jetzt läuft er im Kreis auf Das geht Oder glaubst du, dass das mit Absicht ist, dass diese Viecher, dass die gerade nicht hier sind Das kann auch sein, dass sie aber gerade quasi Da ist ein Eichhörnchen auf der anderen Seite, will ich mich verarschen Ich habe gerade da Da ist ein Reh Wieso geht die nun Wieso geht die keine in die Tür Fuck Ich habe keine Pfeile mehr Das ist nicht gut Das Reh ist fast tot Na egal, erstmal das Eichhörnchen looten Ah, ich habe eine Vermutung Warum? Da ist das Reh Da ist ein Da Ich habe das Verletzte Reh wiedergefunden Verletztes Reh Es ist tot Es lebt immer noch Willst du mich verarschen? Das Viech stirbt einfach nicht Zwei Verletzte Rehe Die sterben einfach nicht Das ist ein Scherz Ich schieße gar nicht den Flair auf das Vieh Endlich Also eigentlich nicht so gut, aber Endlich Äh, ich bin gerade ein bisschen weit ab von uns vom Base Kein Problem Das Reh ist wieder de-spawned Wat? De-spawned? Ja Und das Reh hat sich geheilt Was? What the fuck? Ja Ja Da ist wahrscheinlich kein Fall für So eine schönschillige Tür rein Aber ich habe gerade nämlich Ich habe gerade immer fast direkt gegenüber von unserem Haus Das ist eine eingebunden Basis Okay Ich habe eine gruselige Geschichte Und zwar Meine Leertaste oder Tastatur Die vibriert manchmal ohne Grund So was kriegst du So was hätte ein Handy auf vibrieren und kriegst eine Nachricht Oh! Oh! Ich weiß nicht warum Es ist einfach so Krustisch Könnte sein, dass ich einfach gerade nur Falle und sowas baue Ich habe mal kurz was zu essen, ne? Mhm Oh! Ich habe Angst und Durst Also jetzt brauche ich mal kurz es regnen Ja Das ist echt gut Dann haben wir hier Ich glaube zwei Dinge haben wir hier stehen, ne? Mhm Wir können ja dreimal von trinken Das ist oder viermal sogar das reiche oder fünf sogar Ich muss gehen mal das trinken Das vorher ist einfach rausgegangen Äh, dann machs nochmal an Ich fühle mich gemobbt Müssen wir das überdacht machen, oder wat? Naja, eigentlich schon Weil sonst geht Soll ich das mal in unser Haus setzen? So ein Feuerchen Naja, brennt doch eh nix Kannst ruhig machen Ich muss gleich auch mal mich warm machen So, meine, unsere, meine Reuse ist gebaut Jetzt kann man auch Fische fangen Okay Furcht nochmal zwei Steine Und dann hätten wir es Eins Wofür brauchst du denn Gesteine? Ich habe auch welche Ein Feuerchen Wollen wir eine Runde schlafen oder wach bleiben? Ach, komm Komm, wir können trinken Jawoll Soll ich die Mauer schon bauen? Mit deinem Holz Ist gut das Kannst ruhig schon hinsetzen, ja Ich habe ein Tor reingesetzt Kannst du machen Ja, ich mache gerade Ich mache gerade Erstmal war es fertig Soll ich hier davor auch die Verteidigung bauen? Ja, also hier die Einmal außen rum Kannst du gerne machen, ja Ja, mein, im Wasser brauchen wir nichts zu bauen, da kommt der eh nicht drüber So, ich komme gleich wieder nach vorne, ne Ich warte nur bis mein Essen fertig ist Und dann komme ich da hin So, ich spier habe ein Arztmod Das heißt Eigentlich müsste ich hier mehr Action sein, ne Aber irgendwie Habe ich ja jetzt meine Aufnahme mehr Action gehabt Ja, die haben ja gemeint Ressourcen sind schwächer Und sowas Äh, schwächer zu kriegen Hallo Ok, jetzt rüfte ich gleich verhunger Ja, guck mal, Essen ist auch draußen Guck dir Ah ne doch nicht Full Life Es regnet halt einfach nicht mehr Das ist nicht gut Ja, ein Schluck hat gereicht Fast schon Ja, für mich auch, aber Oh Wir wollen entdeckt Ich will nicht gesichtwert werden Wir wurden entdeckt Wollen wir gar nicht Na doch, sie wissen nicht wo wir sind Wo wir die Nacht schlafen die Lass dich mal durch Da rein, ja ja, schlafen Ok, hier bei mir Können wir zusammen schlafen? Ja, müssen nur z drücken Und dann speichere ich gleich mal direkt Mhm, okay, wo wurden nicht geweckt Oh, ich hab Hunger und ich hab Dorst Ich muss... Warum ist das nicht? Hä? Es ist wieder Nacht bei mir Also wieder Tag Bei mir ist Tag Okay, bei mir war ganz krass nacht Okay Wenn du Hunger hast, nimm einfach irgendwas vom Drying Ray Da gegenüber steht da was noch ein Exkurs Warte mal kurz Ist das jetzt eine Tür oder? Nee, ist eine Tür Ist natürlich Warte, ich weiß ja nicht, weil da ist irgendwie jetzt nicht abgebildet Ist richtig Nein, meine Frage ist noch, muss ich jetzt eher drücken damit die Tür ist oder ist es jetzt schon eine Tür? Hast du... Ist schon eine Tür? Okay, dann ist ja gut War nur verwirrt, weil da ein Tür abgebildet ist, ich muss dazu eher drücken, ne? Hm Was hab ich gefangen? Ach Nichts Okay, die haben die Falle ausgelöst Oh, der Schreiner Den Stein Ah, der bin hungrig durch die Nacht, weil wir gepennt haben Ja Hä? 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 Boah Bin ich halt vollkommen erschreckt Oh, hier sind Hase Jo Äh 16.30 G Geh Geh ich Ach, du fragst sie direkt, oder? Okay Ich hätte auch gehen können, aber gut, danke Und ich habe Dorst Ach, ich esse jetzt einfach mal einen Schokoriegel Ach, ich esse jetzt einfach mal einen Schokoriegel Ich glaube, ich brauche mehr von den Dingern, von den Schildkröten Zeug Okay Willst du holst du welches? Und ich baue ein bisschen weiter bei uns Ich habe mir schiefen wir halten Massenvereins Survivalist, oder wie es heißt Okay Fünf Tage war War ein Modell 5 abgebildet, also denke ich mal fünf Tage Weil ich habe nicht 50, ich habe es nicht gekriegt Okay Ach, unfair Ungerecht Mhm Kann ich dick Aber ich glaube nicht, dass wir gesichtet vor und so Ja, schon, der war auch nur alleine, gell Ja, ich glaube, wir hatten richtig Glück gehabt Ja, aber sie wissen, dass hier eine Falle, äh, dass hier ein Haus ist, was ihnen nicht gegen gehört Ach, die sind dumm, die wissen das nicht Ach, die sind dumm, die wissen das nicht Die denken, das ist eine Erweiterung Ist das ein Stilziel? Ja, ein Erweiterung Ja, ein Erweiterung Wo war noch mal der Teich? Ja, bitte? Wo waren die Teich, die du gemeint hast? Teich? Ich meine, vom Fluss ein Stück Ach so Es ist eigentlich schlau, wenn jetzt, sagen wir mal, die mich sichten würden Jetzt beim Holzfeld Nach Hause zu rennen, ist das eigentlich schlau? Keine Ahnung, ne, eigentlich nicht Also, sagen wir mal so, wenn sie uns Okay Ja Wenn sie uns sehen, äh, laufe ich mal in die andere Richtung am besten Hm Oh, ist wieder Eichhorn schon dahin Ne, ich hab nur grad okay gedacht, weil der Wagen, also dein Wagen theoretisch, ähm, liegt komisch Okay Okay Ich hoffe, ich kann nicht gehen fahren Ich hab ein Eichhorn hier gejagt Ich stürze mich Ich liebe das Eichhorn hier um zu bringen Ah, da ist ein Reh wieder Ah, da ist ein Reh wieder Okay, das, das, okay, jetzt hab ich Achievement Hö, ist ein Fenster Was? Doch noch einmal zurück, damit es ein Fen- äh, Tür wird Ui Okay, äh, ich reiß mal kurz ein Stück der Mauer ab, ne? Also eine Mauer Ja Ah Ah Wie darauf muss ich ein Gegen hauen? Das Reh ist wieder weg Kann nicht wahr sein Das Reh ist ja wirklich wieder weg Äh Ich erkunde gerade ein Stückchen hier Also von hier könnten sie theoretisch auch kommen, da brauchen sie aber viel länger und das Ding ist sehr sicher Also, oh, ich hab meinen Geborene gefunden Oh, oh Die haben mich grad entdeckt Nicht nach Hause rennen Ne, ne, ich renne in die andere Richtung Ich hab, ich bin bewaffnet, also ich könnte kämpfen Aber sollte man da auch eine Mauerbaum wohl gerade bist, oder nicht? Ich weiß es nicht, der möchte glaube ich kämpfen Ich versuche keinen zu machen von der Chief mit Okay, der will da rennen in der Herde, der will kämpfen Ich geh ins Wasser Er guck mich böse an Und schreit dich jetzt wahrscheinlich nicht an Ich hör nichts schreien Der ist ganz ruhig Okay, er läuft mir aber ganz bedroht Äh, ja Und ich geh aber hinter mir dieser drin direkt Haier Okay Er ist aber alleine Der ist direkt hinter mir Ich renne weg vor ihm Ich renne weg vor ihm Oh, er rennt mir hinterher, scheiße Er will mich haben Er hat mich verloren Okay, ich bin schon verloren Das muss ich aber außen rum gehen Und ich bin von zuhause entfernt Ich weiß halt nicht, wie viel KI ich sofort zutrauen soll Also von dem was ich gelesen habe, anscheinend sehr viel Manchmal sehr intelligent kommt die Viecher immer noch nicht rüber Boah Jedes mal völlig den scheiß Hasen So, er ist ganz genau Man bekommt's denn vor, ist jeder reagiert hier gleich Mhm Hier ist ein Teich Hab'n Teich gefunden Den markier ich mir Den Teich mache ich blau, blau für Teich, ich kann auch was zum trinken gell, war das nicht so? Warum kann man nichts nach dem Teich trinken? Jetzt! Irgendwann kriegt es sogar Schaden davon, scheiße! Ach kein Bock zu arbeiten alter! Boah, diese Lizards sind nicht so schnell! Was ist denn hier unten Fische drin? Ich glaube nicht, dass hier keine drin sind! Ach, hier ist der See! Ach, ich hab das Camp gefunden! Okay, ich weiß nicht, wo ich bin! Also wenn wir das Camp umbringen, sind wir eigentlich ganz sicher! Können wir es umbringen? Ich möchte eigentlich sehr tief mit wegen 10 Tage Frieden haben! Ja, das können wir ja machen, aber können wir die überhaupt umbringen, ausrotten dort? Naja, wir können da weglocken quasi auch mal! Die kommen halt dann irgendwann wieder, weißt du! Ich kann, ich spawnen gerade so viele Vögel vor die Nase! Das Ding ist voll! Oh! Was ist? Weißt du, der Wagen ist voll! Was mache ich? Schnapp mir zwei Holz und lauf! Zum Mauer und setz das Holz rein! Anstatt den Wagen zu nehmen! Der Bogen ist echt schwer zu zielen, gell? Hab getroffen! Aber auch nicht! Aber auch nicht, weil ich gut bin! Einfach weil so ein... Alissa hat einfach in den Weg stand, den Hasen! Okay, unten sind normale Camps, ich geh mal dahin! Das ist eigentlich gar nicht so schlimm, wenn mich... Alleine zu erkunden, aber... Na gut! Ich geh mal das Risiko ein! Vielleicht find ich, äh... Also du sagst, man kann mit dem Fall durch die Tür gehen, ne? Man müsste können, ja! Bei mir klappt das nicht! Okay, dann geht's nicht! Na gut! Ist hier irgendwas drin? Oh, da ist das! Das wieder verletztes Reh! Wollt das ein Vogelhaus? Ja, ich hab's gebaut! Also noch nicht fertig, aber! Ganz fertig, wenn du willst! Nein, das Reh ist fast tot! Und sie ist wieder weg! Töten wir damit Vögel? Also fangen wir sie irgendwie damit, oder? Ja, wir können sie damit fangen! Das Reh ist schon wieder weg! Sonst ist hier wieder nichts da! Ne! Muss nur aufpassen, dass ich jetzt nicht sterbe gleich! Aber ich hab ein paar... Ich hab genug für noch ein Bett! Fick! Hm! Ich bin ne Runde gelaufen, hab' unser... unser Gebiet mal ein bisschen erkundet! Oh, ich bin grad beim eingeborenen Camp! Na ne! Ich muss dir überlegen, wie ich hier ganz klar vorbeikomme jetzt! Weiß, was ich schade finde! Früher... Ähm... ... Was hat sich gebaut aus, gell can? Okay, das war ja genau! genau ich krieg da mal rein wird was drin liegt wo es dumm ist weil ich jetzt hier mit haben müsste aber wenn es viel habs noch zu viel mit ihm haben das sei ich nicht wieder Prozent des Rehmannes jetzt krieg ich aber in der Zeichen vorfällt aber so ein Update dass das noch in in der im Schnee Gegend ist irgendwas besonderes ok jetzt hängt es fest keine Pfeile mehr stehst du richtig rum oder falsch rum diese scheiß Rehecke ist schon wieder weg da ist nur noch ein mal gucken was dein Wecker angeht die haben sie nur zwei fürsten zwanzig mal gucken mal gucken wann dann geht fuck jawohl das Rehe brennt heute Rehe ist ja gleich schon wieder pausieren ne ja ist doch nicht schlimm eine Stunde geht echt schnell vorbei hier hä ja volles Rehe ist tot aber ich kann ja noch gleich nach hause dann mal gerne pausieren jo dann speichere ich und bin dann schon mal die Aufnahme hier mhm dann schau weil die wenigen nicht zugeschaut haben jetzt auch wer schaut schau ach ok ich hab Hunger und eher Dorst jetzt muss ich ich muss auf dich warten sonst könnte man keine durchspiel nicht wenden ne ok ja dann Alarm kommt in ach müsste eigentlich in da sind ok ja ich hab ein 1 1